und herzlich willkommen zu einem ja sagen wir mal auch in klein battle kein pvp der jetzt kommen wir fangen hier oben an schön gemütlich wir müssen hier jambu ans machen ja wir haben uns hier tod oder checkpoints ausgesucht die map wurde von ihnen ja unter früchtern gebaut und ja ich würde sagen wir fangen einfach an ja ja hoffentlich nicht der war richtig scheiße so geradeaus würde ich sagen nein du bist tot ich habe den checkpoint erreicht ausgegangen für die kacke hier darfst du nicht weiter wir müssen dann hier wie verstehe das nicht ich auch nicht ich weiß es verrate ich nicht wo muss ich jetzt hier hin wasser zu fällen ich komme nicht zu dir ganz toll da unten ist irgendwie wasser ich weiß nicht was es bedeuten soll ok ist da oben noch ein checkpoint ah jetzt weiß ich okay 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 alter ich laufe immer ins rote rein ach da oben ist auch noch rot und hopp weiter ich komme da nicht durch ich bin zu blöd für diese welt ich hänge oben an den checkpoint fest ich habe es einmal geschafft und nie wieder ich verstehe ich nicht wo ich jetzt hin muss ist das blöd ist irgendwas aber irgendwie ja ich komme nicht weiter doch jetzt 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 aber und du musst jetzt hier in dieses wasser einspringen und da schnell wie schnell also einfach runterfallen lassen so jetzt ok 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 jetzt jetzt geht es irgendwie weiter ich meine da ist irgendwie so eine lücke aber da geht es nicht weiter das eine lücke ins wasser gibt es auch keine lücke ne ne der block kommt darunter ja 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 das unten ja sauerstoff 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 bitte alter sind gleich oben so jetzt war ich dich die vor ja dankeschön alter jetzt musst du da komplett nochmal hoch alter hat diesen checkpoint da gesetzt wie du hast du hast geschafft wieder war ja klar ja er ist ja nicht schwer da lang okay das check von ja nein auch scheiße jetzt noch mal ganz den weg hier ja ja ich wollte verarschen man das war doch nicht so 10 jahre ich weiß wo der checkpoint ist aber da kommst du irgendwie ganz scheiße hin nur aaah jetzt habe ich das verstanden da oben obwohl ich scheiße auf den checkpoint da kommst du auch nicht weiter ja du brauchst ja den checkpoint um ach hier ist ein jump ja ok hä brauchen wir die wirklich? ach ok brauchen wir einen standjob oder? ich weiß es nicht weil der ist extrem scheiße da musst du sowieso rüber so richtig hässn hast du den jetzt mitgenommen? ne noch nicht hast du den? ne habe ich nicht aber ich fehl gerade beim einfachsten jumpram überhaupt ja da kommst du ja nicht rüber in dem fall doch da ist eine Barriere was denn? ja ja jetzt habe ich das verstanden warum der block da ist ja du küsst nicht den speed boost das weißt du hä? ach scheiße ich springe aufs rote mal drauf mann das ist so ne das ist unfair ja du musst ja eigentlich aufs rote ne? ja nicht auf diesen roten nicht auf diesen einen da der ist eine säule irgendwie das rot der mich aufs rote ja ja verarsch mich halt ach ich bin durch oben lauf weiter ich komm gleich ja 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 jetzt hast du Arschkarte hm du hast zwei labereingänge und einer ist tot und einer ist checkpoint oh scheiße mann okay wir müssten wieder durchgekommen so schnell ähm beim jamboran ja auf diesem einen da da wo du springen musst ja ja ich bin tot ich habe leider die Fatal-Fight-Tür genommen ich komm grad nochmal hochgeschwommen ich versuch mal jetzt ein checkpoint hier oben zu bekommen ey ne da kommst du gar nicht lang da ist doch irgendwas drüber da bleibt jeder aber so'n scheiß hier toller er ja 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 in dem fall tot oder checkpoint ne äh ja ich bin durch soll ich auf dich jetzt da oben warten musst du nicht ähm also beim diamanten musst du drauf und dann auf das lila da rüber ne ja gut gut oh nein was hab ich jetzt hier für ein defekt bekommen so so jetzt bin ich gespannt wo du hingehst warte mal F5 kann ich da irgendwie runter gucken was da ist ja da gehts nirgends wo ich geh in den da ich geh hier rein gut geh vor ne ich war schon ich ich weiß die richtige Antwort ja komm los rein da warte ok ich seh nichts warte ok ich seh nichts warte ok ich seh nichts ich seh nichts ich seh ja ok ich seh den scheiß rein ich mach jetzt wende mich geh jetzt hier rein aber du stehst ja schon so dass es das falsche ist das ist doch gar falsch ich bin auch gestorben hat ja wunderbar funktioniert warum bin ich gestorben ich weiß nicht ich weiß wie es der richtige ist ja oh man alleine wie ich schon 44 Fails habe allein ich weiß was lang geht ja hier unten ja hier unten was heißt die goldenen Druckkarte was heißt das ähm.... keine ahnung Aha. Ah, du Lacker, ey. Warte mal. Ah, okay, Sprünge. Okay, jetzt kann ich bewerten, ja? Ach, war okay. Alles okay. Ja. War ganz gut, ne? Ja. Ja. Ja, so siehst du auch aus. Ein Pixel hat die Map gekriegt. Ach, das war so eine Träume, eindeutig. Ja, ja. Gut, das war's dann auch mit dieser Folge von Minecraft. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Däumchen da. Ich bin raus. Bis dann. Tschöö.